hallo grüßt euch zu den kanalnews heute am 28 juli 24 news ausgabe nummer 30 in diesem jahr und auf diesem kanal cool dass ihr da seid auch ich denke heute mal ein cooler zeitpunkt die erste ferienwoche hier in baden-württemberg läuft seit drei tagen und da können wir auch mal mit ein paar themen die hier auf dem kanal sich ein bisschen aufgestaut haben auch noch heute mal ein bisschen aufräumen oder diese themen auch noch mal anfassen und noch mal anschauen aber diese woche war auch auf dem kanal so ein paar gedanken darauf in der video folge vom freitag zum umbau auf ein smart system antriebskonzept spannendes thema schauen wir uns heute auch noch mal an und ein paar umfragen von euch haben wir auch noch dabei die wir auch noch ein klein bisschen eingehen wollen jetzt einfach mal vorsichtig auch ein klein werten können wo auch manche themen hier auf dem kanal hingehen und welche manchen entscheidungen dann doch oft mit dem herzen getroffen wurden lassen uns reinschauen am dienstags video johnny watts 365 warum wurde es wieder der auf dem suv auf dem konvex hören suv 69 fahre ich ja diesen reifen seit mittlerweile 7000 kilometer den ersten auf tubeless was er nicht zugelassen ist gar keine frage und nach 7000 kilometer meinte er muss von meiner felge runterhüpfen mit einem relativ großen schlag doofes gefühl macht irgendwie wenig sinn deswegen fahre ich ihn wieder aktuell mit dem schlauch ganz normal ein cooler reifen auf dem suv macht für mich genau den sinn wo machen soll er hat eine cool traktion fährt vernünftig und vor allem hat er halt die feature für ein suv die folgen könnt ihr alle noch mal auschecken ecke oben verlinkt unten in der beschreibung habe ich es auch verlinkt dann seht ihr noch mal was ich damit gemeint habe aber ein abo schadet auch nicht und ein like für die aktuelle news folge glaube ich auch nicht donnerstag kleiner live stream ich dachte mal okay fehn start in baden-württemberg und ich habe gerade mal abends bild zeit dann können wir auch mal da vielleicht noch mal gemeinsam zum ende vom juli und start in die ferien einen kleinen live stream machen weil ich glaube live stream so in der ferienzeit kann schief gehen mal gucken ob ich nächste sechs wochen was reinpaket thema live stream technisch ob sinn macht muss ich mal schauen wie der ganze abläuft wie es ist danach ganz normal klar habe ich das vor auch wieder mal so alle ein zwei wochen mit euch da einfach online zu gehen aber coole quatschrunde macht einfach bock da auch ein bisschen den interessen von usern abzuklopfen finde ich immer spannend da kommen auch viele neue coolen video ideen raus jetzt kommen wir zu dem aktuellen video vom freitag wo ich einfach mal sagen muss ich wusste eigentlich genau wo ich da reinsteche und ich wusste auch genau was ich eigentlich mit diesem video auch ein klein bisschen möchte es gab einen kommentar der wurde gefragt kann ich eigentlich mein rad auf ein smart system ebike umbauen also sprich ich habe jetzt ein bosch ebike system 2 umgangssprachlich gen 4 also ein altes quasi und ich möchte mir einfach einen neuen motor gönnen kann ich das einfach umbauen einfach generell nein natürlich unter den unter dem video natürlich die kommentarfront hoch das habe ich schon mal gemacht es ist gar kein problem und es geht super cool es wäre immer ganz cool dabei auch wenn gerade die wo immer dann diese kommentare schreiben ist alles gar kein problem ein youtube kanal aufmachen würden das alles filmerisch begleiten würden und dann auch allen die chance zu geben wie der weg war wie sie es hinbekommen haben uns auch einfacher einstufen können weil den kommentar schreibt man immer relativ einfach nur oftmals hinterfrage ich dann bei manchen kommentaren auch wurde alles immer so wirklich gemacht weiß ich nicht so ein bisschen auch mein gedanke ab und zu aber völlig egal kamen viele kommentare dazu daraus ist doch gar kein problem man kann den motor einfach umrischen ich hole mir einfach auf einer online plattform sei es kleinanzeigen ebay man nennen sie einfach mal und 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 kaufe ich mir einfach ein altes oder ein gebrauchtes smart system fahrrad bau diesen motor um und es ist gar kein problem der gedanke an sich ist mal nicht wirklich verkehrt aber ihr habt für diesen motor einfach keine software die zum motor passt und vor allem habt ihr halt auch ein fahrrad was nicht von den sägenummern und co zusammenpasst aber dazu kommen wir gleich noch das kann man tun aber ihr habt da dafür keine software und die werdet ihr auch hersteller definitiv nicht bekommen kann ich mal sagen ich bin dem thema schon eine ganze weile tief drin und ich habe zu konway was ja bikepartner des kanals ist mit sicherheit kontakte nennen wir es einfach mal so ich kann anrufen und kann mit leuten reden und selbst wenn ich jetzt ein motor update brauche oder selbst wenn ich jetzt ein freigal brauche für irgendeinen teil dann muss ich auch den weg durchlaufen und ich muss euch sagen es ist nicht einfach und vor allem wenn es nicht generell erprobt ist wird euch da kein hersteller dieser welt irgendeine software raus geben das ist auch völlig klar auf und haftungsfrage her das macht irgendwie gar keinen sinn da waren dann auch so kommentare dabei ich muss ja nur einen kennen der einen kennt ganz einfach dieses konzept bosch smart system antriebskonzept und software dahinter ist so quasi dreistufig gelagert ihr habt eine software die liegt beim hersteller bei bosch quasi das ist die master software plattform dann gibt es eine oem software das hat quasi hersteller von eurem fahrrad wo euren motor konfigurieren kann also zu eurem fahrrad quasi passt und dann gibt es stufe drunter die hat euren bike händler der dann quasi noch gewisse sachen anfassen darf updates machen darf und ein paar sachen einstellen kann das konzept ist aber so dreistufig aufgebaut vom bosch diagnose system also wenn man sagt ich kenne halt einen händler der kann das tun passt dann ein klein bisschen auf diese kommentaraussagen weil ganz ehrlich der händler kann am allerwenigsten tun und das sind oftmals auch die hände gebunden wenn hersteller sagt ich gebe einfach kein lichtstrom am bike frei dann hat der händler auch gar keine chance diesen lichtstrom generell frei zu schalten zum beispiel als eine funktion mit ganz ganz vielen aber in der folge auch habe ich euch gesagt es gibt relativ viele funktionen die und daten hinterlegt werden zu einem motor von denen wir alle gar nicht wissen was da wirklich drin steckt und was da auch nachher wie ausgerechnet wird auch zum thema tuning dass es tuning nicht möglich ist hat ja immer auch wichtig themen dass man halt auch diese randparameter der motor alle weiß dass er auch sowas oftmals noch einschätzen kann deswegen umbau auf ein smart system motor mit dem gebrauchten fahrradmotor nicht einfach quer irgendwie austauschen ist für mich schon gewissens schon aber das thema tuning hinein zu setzen weil natürlich ihr baut euer fahrrad dahingehend um dass es keine zulassung ist falsche wort aber eigentlich nimmer hat weil es einfach überhaupt nicht zusammenpasst da waren dann auch noch ein paar kommentare dabei programmierung ist mir doch egal ich fahre einfach los ich habe euch gerade erklärt wo die fußangeln liegen können aber auch das thema es gibt ja in foren dann auch noch genügend 3d druck anleitungen wo ich irgendwie die teile nachdrucken kann ach und übrigens der akkuhalter passt ja auch nicht immer so wirklich rein und genau da meine ich das thema 3d druck teile bei einem fahrrad wo ich wirklich auch mal mechanische kräfte drauf bringen ich weiß nicht ob das sinnvoll ist dass ich mir jetzt einen akkuhalter zum beispiel für meinen fahrradrahmenbau dass ich mein smart system akku in den rahmen hinein bekomme da muss ich sagen 3d druck beim fahrrad kann man mal tun für kleinteile logisch aber nicht für bauteile die gewisse kräfte aushalten müssen und auch noch ein gewisses gewicht einfach dementsprechend haben wie gesagt die ausarbeit auch noch mein händler kann ich habe da andere erfahrungen und ich bin da wirklich am thema ein bisschen drin die händler haben wirklich oftmals dass auch ihre hände oftmals gebunden sind kleines fazit zu diesem ganzen video und meine einschätzung zu ich würde es ohne dass ein offizielles upgrade kit gibt niemals tun weil ihr braucht nämlich motor display controller einheit alles neu und vor allem ihr müsst auch controller und motor verheiraten thema ihr müsst zum händler also wahrscheinlich wird der händler euch nicht das verheiraten wenn er irgendwie vorfahrt mit irgendeinem umgebauten gebastelten fahrrad nämlich thema bastelarbeit dieses ganze thema ein motor einfach umzurüsten von einem alten ebag system 2 und sprachlich gen 4 auf ein smart system ist eine bastelarbeit und es würde ich definitiv auch in meiner persönlichen verantwortung mir zuliebe nicht wirklich tun wenn ich schon immer lese man kann immer irgendwo noch dementsprechend ein 3d druckteil runterladen wo man irgendwas machen kann das kann man reden haben um ein verkehrsmittel was auch wenn es dumm läuft ein ableger hinlegen kann mit einem gewissen vielleicht auch nicht allzu gesunden ausgang also fand ich schon schwierig die manchen gedanken in manchen kommentaren dazu deswegen wie gesagt wenn es einer macht einer hinbekommen hat und alles wirklich so weit hat das fahrrad wirklich safe ist dann wäre ein video von dieser seite immer ganz cool kanal eröffnen und einfach mal hochladen und mal schauen wie sowas läuft kann ich immer nur wieder sagen aber auch thema unfall und thema versicherung im kanal immer wieder ein großes thema ja ich muss ja mein fahrrad versichern dass ich ja da auf jeden fall safe bin mit so einer umbaumaßnahme ist das thema versicherung und unfall mit sicherheit ein ganz ganz anderes thema auf das ich nicht wirklich eingehen möchte aber wahrscheinlich wird jede versicherung wahrscheinlich in diesem moment wohlwollend sagen oh cool an diesem rad wurde einfach gebastelt und da muss ich auch dementsprechend vielleicht ein bisschen weniger oder gar nicht zahlen überlegt mal wie diese ganze kommentare einzustufen sind und ganz einfach meine persönliche meinung dazu ist lass bleiben holt euch gleich das richtige fahrrad und alles ist cool und zum thema oftmals auch noch gekommen unter der folge es ist ja alles abzocke was da ja bosch macht warum denn wenn ihr euch ein neues auto kauft bekommt ihr am neuen auto auch eine software die nur auf dieses auto passt da habt ihr noch weit eingeschränkte möglichkeiten und ihr nehmt es auch alle hin oder ich nehme es auch genauso hin muss man einfach auch sehen und wenn ein ebike irgendwann halt mal eine neue version rauskommt ist doch alles schick ihr könnt aber auch ganz wichtig mit eurem fahrrad so lange im alten system so lange fahren wie ihr wollt ihr müsst ja kein update machen und keine funktion dazu bekommen gar kein thema also diese kommentare verstehe ich oftmals auch nicht also das war jetzt auch von mir viele gedanken dazu wo ich da gelesen habe für mich ist einfach nur wichtig wenn man das tun sollte sollte es einfach auch vom hersteller eine komplette freigabe geben dass man sich auch ein fahrrad auf der straße bewegt was noch halbwegs in einem konformen bereich ist nennen wir es einfach mal so und deswegen habe ich es auch jetzt relativ ja ich sage mal so eingestuft wie ich es gerade gemacht habe einfach ich würde es nicht tun ganz ganz ehrlich gehen wir mal rein in den letzten paar tagen waren da auch noch so ein paar umfragen von mir auf dem kanal da wo ich einfach mal abchecken wollte auch ein bisschen wo geht die videoentwicklung hier auf dem kanal hin aber auch wie geht ihr mit vielen dingen um was mir auch ganz ganz arg wichtig ist um es auch vielleicht ein oder andere ein klein bisschen besser einzustufen oder auch wie gesagt eine video idee einfach anders auszubauen es gab von mir vor vier wochen die umfrage hier auf dem kanal welche fahrstufen fahrt ihr am bosch ebikesystem genau am bosch gesagt weil da haben wir die gleichen stufen alle und für mich war es auch ein bisschen die ausrichtung weil ich mal wissen wollte wo wie fahren die meisten da wäre doch cool gewesen bei dieser umfrage so zu schreiben wie viele kilometer wird einfach im jahr generell gefahren um vielleicht auch noch sowas ein bisschen eher einzustufen also raus kam ja 52 prozent stand sonntag heute morgen fahren eco und tour finde ich von meinem gefühl eine idee fast zu viel aber den packen dazu zwölf prozent fahren sport und turbo emt b 17 und autofahren 18 das heißt und andere ein prozent klar die multi die es halt noch gibt auf gewissen rädern wie cargo wie race mode und und die es dann nur auf diesen gewissen rädern einfach auch gibt oder sprint auf dem gravel e bike egal also wir haben so genau eine teilung drin 50 prozent aller der umfrage mitgemachten fahren im regelfall eco und tour modus und die 51 prozent eher die höheren stufen alles cool nur jetzt mal ganz ehrlich es wäre cool gewesen bei der umfrage zu wissen auch wenn einer eco fährt wie viele kilometer fahren die user im jahr da muss auch klein bisschen einstufen können weil wenn ich jetzt von mir aus gehe bei meinen 12.000 kilometer im jahr da würde ich jetzt vielleicht nicht um eco fahren um dieses auch hinzuformen von der kondition und auch von der alltagstauglichkeit weil ich muss ja auch noch mein alltagsleben meine als kondition noch in griff bekommen das könnte ich persönlich nicht muss ich ganz ehrlich sagen egal und ich glaube dass da auch paar so entscheidungen im herzen getroffen wurden was man gern täte aber vielleicht auch mal höhere stufe wählt aber alles gut können wir uns alle mal kleines bild machen dass wie die verteilung der stimmen soweit war war auch eine relativ große umfrage mit 434 stimmen dabei also alles cool soweit schauen wir uns einfach mal an ich werde dann noch mal eine umfrage machen in diese richtung ein paar wochen nach den sommerfähigen wo ich ein bisschen spezieller auf das thema eingehen und auch noch an das thema fahrmodi die jährliche fahrleistung anhänge dass wir einfach auch mal sehen wie es auch noch für jeden ein bisschen einzustufen ist aber soweit ganz cool also haben wir in dem bereich auch sehr sehr viel sehr konditionell fitte teilnehmer dabei auf dem kanal in der umfrage ich könnte es nicht jeden tag im eco fahren ganz ehrlich aber gut gehen wir mal zurück bei der umfrage glaube ich da wurden ein paar entscheidungen auch mit dem herzen getroffen eine umfrage war von mir habt ihr zuletzt eine fahrradpanne bei einer tour gehabt das war wichtig weil ich habe ja neulich mal das video gemacht wo mir der reifen von der felge runter gehüpft ist also quasi das video auch ein bisschen thema drin war und ich dachte mal da waren dann auch so viele kommentare dabei über das thema pannen kit was immer viele mitnehmen und sich viele immer auch als cool erwiesen hat da wollte ich mal ein bisschen einstufen wie oft habt ihr eigentlich so ein bisschen pannen weil man da auch ein bisschen schauen kann wie auch sowas läuft letzte sechs monate waren es 18 prozent also jeder fünfte der letzten halben jahr quasi eine panne gehabt denke ich ist relativ realistisch in 20 23 also vor einem jahr war es nur noch 14 prozent wo ein hatten und schon länger her bald 68 oder fast 70 prozent hatten schon länger keine panne mehr coole geschichte klar natürlich merkt man auch definitiv dass mit das material besser wird die reifen werden mittlerweile auch etwas system besser suv reifen haben einfach auch so ein guard streifen drin der einfach dementsprechend auch pannen weg hält spannende entwicklung muss man einfach mal sagen war einfach die umfrage die ich mich einfach stehen lassen will so aufgrund auch der sache hin wo ich da die das video hatte mit dem thema reifen wechseln und wo ganz ganz viele von euch geschrieben haben was man im pannen kit alles drin haben kann und flickzeug habe ich auch immer dabei flickzeug recht und gut ja macht alles sinn nur da ist für mich einfach der schlauch die einfache und bessere wahl weil man kann mal kurz reagieren reinziehen neuen schlauch aufpumpen weiterfahren bis ich dann flicken drauf gemacht habe ja ich habe gelesen wie einfach das alles sein soll aber schauen wir mal nach wo die reise dahin geht bin gespannt war mal diese umfrage dann noch eine wichtige sache hier auf dem kanal das thema wie pflegt ihr eure fahrradkette mit wachs oder mit öl ist ja hier auf dem kanal eine serie gewesen was ja vor einem halben dreiviertel jahr so ein bisschen riesen hype ausgerufen hat wo alle geschrien haben mach endlich mal videos zum thema ketten wachsen zum thema heiß wachsen und 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 das ist doch gerade das neuste beste was es so gibt und cool das brauchen wir doch alle hatte ich auch gemacht hier auf dem kanal mehrere folgen könnt ihr gerade mal auschecken weil ich einfach auch mal bock drauf hatte mir ein eigenes bild zum thema ketten heiß wachsen ein ganz klein bisschen zu machen die umfrage ist jetzt schon eine weile her zwei monate aber es war gerade so ein bisschen zum ende meiner serie hier auf dem kanal teilnehmer waren so 277 teilnehmer also nicht ganz so viel klassisch mit öl 82 kaltwachs 12 und heißwachs 6 ok kann ich jetzt ein bisschen einstufen heißwachs immer noch sehr wenig muss ich ehrlich sagen mit 6 prozent und klassisch mit öl oder klassisch mit öl 82 prozent sehe ich auch sehr realistisch an die zahl wobei ich muss sagen ich werde auch wahrscheinlich wieder auf das thema mit öl zurückgehen weil es für mich einfach im alltag das einfachere pflegen von der kette ist das wachsen ist ganz cool und vor allem kann man ketten auch relativ lange halt sauber halten das alles schick der verschleiß ist einfach entspannter gibt aber auch ein paar nachteile wo ich sage da ist öl einfach der schnellere weg wobei ich jetzt einfach nicht sage ich verdammt dieses thema heißwachs und werde es nie mehr tun auf gar keinen fall wenn ich Bock drauf habe dann mache ich es mal wieder nur der vergleich zum tubeless wo viele gesagt haben ist ja mit tubeless muss ich daran gewöhnen nein bei tubeless habe ich den benefit dass ich einen pannenschutz habe ein besseres abrollverhalten und keinen größeren aufwand als am schlauch eher weniger aufwand beim thema ketten wachsen oder ölen habe ich mit dem wachsen deutlich größeren aufwand und ich muss mehr ketten vorhalten und ich muss ja auch bisschen mehr pflegen vor allem für alltagsfahrer wie mich ist einfach eine sache wo ich sage ist mir der aufwand derzeit noch ein bisschen zu groß kann sich alles ändern da bin ich immer offen für vieles aber vom großen ganzen so waren die gedanken aus der ecke noch zu dieser umfrage da könnt ihr ja mal selber schauen wie ihr diese umfragen auch für euch persönlich ein klein bisschen bewertet und einstuft diese woche auch noch eine frage von euch die woche haben wir viele fragen zu beantworten kam ja ein post von conway auf facebook raus zu meinem video klar conway bike partner ab und zu werden dann auch videos verlinkt was ja völlig geschick ist was mich auch mega freut da kam dann auch drunter der kommentar dass es einfach zu wenig videos gibt aus dem bereich von reviews und halt vor allem langzeit tests und da haben wir das problem langzeit tests da muss man halt wirklich mal ein jahr lang so ein bike fahren bevor man so eine video folge machen kann und da haben wir genau das problem des zeitaufwandes auch immer dieses thema youtube wie ich jetzt nicht nur als hobby mache sondern auch ein bisschen mehr dahinter sehe aber natürlich muss ich auch dieses fahrrad ein jahr lang fahren und ich muss den partner haben wie conway was mega cool ist da solche fahrräder auch über jahre fahren darf und deswegen muss man einfach sagen dass der aufwand ist riesig diese video folgen zu machen deswegen gibt es da kaum was weil es halt wirklich geschäft macht und halt die vorbereitung ist einfach so ein fahrrad auch mal runter fahren ein jahr trotz allem werde ich bei den bikes die ich habe alle mal irgendwann nächsten wochen nach den sommerferien wieder mal eine folge machen zum thema was wurde eigentlich aus nach einem jahr weil ich ein spannendes thema auch für mich nochmal drauf zu schauen wie waren die räder wird gelaufen auch im alltag im normalen umlauf mit dabei oder 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 welcher rad typ war mehr gebraucht welcher weniger und ich glaube damit können wir auch spannend alle mal drauf schauen haben wir eine relativ lange news folge war mir einfach aber auch wichtig heute ein klein bisschen mit dem thema motorumbau noch mal ein bisschen meine meinung dazu rein zu geben weil es mir einfach auch zu gefährlich ist da jetzt irgendwelche kommentare stehen zu lassen einfach geht ja alles ganz einfach und nachher legt sich einer ab hat einen unfall und hat irgendwie dann auch vielleicht noch den ein oder anderen kleinen kratzer abbekommen möchte ich nicht haben auch nicht sind des kanals deswegen will ich solche kommentare die in die richtung gehen ein bisschen einstufen und auch mal nachschauen ob es dann nachher wirklich noch unterm strich funktioniert hat und vor allem auch noch wie es nach ein oder zwei jahren funktioniert ist auch ein wichtiges thema weil nur irgendwas umbauen kann man ja schnell was kommt aber nachher raus und vor allem wie bin ich nachher mit dem neuen motor konzept auch gefahren das sind dinge die wir alle ein klein bisschen auch mit einstufen müssen soweit diese news folge heute am sonntag lasst noch ein ab oder so ein like da da passt da auch keine spannenden weiteren folgen und dann bis zum nächsten mal und ciao und